hallöchen ihr lieben seid wieder hier grüßt zu einem neuen bastel video ich mache gerade solche klammern aus fimo stangen und die möchte ich euch mal zeigen ich habe ja noch mal 18 solche geschenk boxen solche kleinen gebastelt und da brauche ich noch ein paar verschlüsse wollte ich ja mit mit einer schönen klammer hier versehen dann finde ich sieht das noch mal irgendwie niedlicher aus wenn man jetzt hier noch so eine klammer drauf macht ist schon irgendwie witzig finde ich ja so dann wollte ich euch mal die stangen zeigen die ich habe kann man ja ganz viele verschiedene klammern daraus gestalten gerade wie man so möchte und ich habe hier gerade mir mal kirchen abgeschnitten schon und ich zeige euch noch mal wie es geht einfach mit einem solchen skalpel so dick schneiden wie man möchte schneiden sich schön leicht also geht nicht schwer ab könnt ihr sehen ja und für eine klammer brauche ich etwa vier kleine abschnitte klebt eigentlich sehr sehr gut muss man nur die richtige menge hier drauf machen manchmal ist natürlich auch ein bisschen viel dann streiche ich das wieder ein bisschen ab bisschen verteilen und dann kann man einfach die rauf setzen man kann auch eine binzette benutzen aber bin ich immer nicht so geschickt mit pinzetten mal sehen ob es mir gelingt jetzt nicht wieder alle runterfallen so ist doch irgendwie süß man muss bloß noch kleben muss ich es noch ein bisschen andrücken ja und wenn man so eine box damit verziert ist es doch ein kleiner hingucker finde ich ja stelle ich mal mit hier hin das war es schon ihr leben ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal aber ich sehe gerade ich habe ja noch ich habe ja noch größere gemacht für größere geschenke aber für die tütchen sind so einfach doch ein bisschen zu klein so nochmal hinschieben das ist immer der vorführeffekt habe ich schon mit drauf gewartet aber ihr kennt das ja sicher ihr bastelt das nicht immer alles gelingt so und ich wollte euch mal die zeigen die ich noch gebastelt habe da war ich mal ganz mutig und habe größere klammern genommen die könnt ihr hier sehen da habe ich lila gelbe und naturfarben also braune und da habe ich einfach mal aufgeklebt was ich hatte auch ein bisschen größere holzteile habe ich einfach mal gesagt so ans geschenk passt es auch wenn es ein bisschen größer als würde ich sagen und die blumen fand ich auch hier sehr schön auf drei verschiedenen farben aufgeklebt und die kleinen öpfelchen und ein herz ja das war es schon und dann bis zum nächsten mal danke dass ihr dabei wart tickt hier 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 hier